Alter, ey, die hat aber wirklich Dampf, die Waffe. Mann, Mann, Mann. Ich mag die, also, ich meine, wenn ich auch mit der anderen, wenn ich nicht gleich beim ersten Mal treffe, bin ich eh meistens tot. Ja, stimmt. Nee, ist nix. Die kann man auch nicht nehmen. Oh. Ich schieße. Zombie, muss dich killen. Ich habe leider keine, wie nennt sich das, Schalldämpfer war für diesmal. Ah. Nein, der Fette ist jetzt da. Ich guck mal, dass ich den irgendwie... Vielleicht kannst du den hier weglocken, stimmt. So. Wir können weiter. Die haben Munition. Ah, die hole ich mir gleich. Und das sah aus, als wäre er gestorben und dann ist er doch noch aufgestanden. Ach so. Genau, der ist sowieso schwabbelig, komisch, sich zusammengesackt. Ja. Aber das ist echt die Raute, ist richtig schön. Ja. So. Ist er da lang? Ähm, ja. Ich guck mal, wo aus der Richtung wird geschossen. Oh. Und da rechts gibt's Hunde. Oh. Aua. Oh, da kommt auch ein Zombie. Oh, die Hunde kommen auch. Okay. Ja, da ist erstmal Ruhe. Hier ist so. Yes. 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 Ach du Scheiße. Wie viel sind denn hier, ey? Gott. Ich muss mal nachladen. Alter, die hast du aber weggemetzelt. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, die mussten weg. Alter. Das ist ja hier, die. Das ist ja wie bei Terence Hill, ey. Ja. Man nannte ihn nobody. Ja, ich auch. So. Schön. Oh, Hinweis aufgedeckt. Oh, sehr gut. Ich höre auch kein Ballern so wirklich mehr. Nee. Siehst du noch was Blaues? Ja. In die Richtung. Genau, jetzt sehe ich es auch. Manchmal dauert das so ein bisschen, ne? Oh. Das war aber ziemlich nah. Und kam auch von hier irgendwie hier links. Ja. Schon strategisch geil gemacht. Dass der immer erst so schräg läuft. Das stimmt. Das müsste aber Ruhe sein. Nö, der braucht immer noch einen Schuss. Ist der jetzt platt? Ich weiß nicht, ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, der ist hinter dem Baum umgefallen. Ja, auch geil. Ist aber wahrscheinlich gegengelaufen, nur Pong-Klong. So, wollen wir denn lang? Ähm, ich folge dir mal. Was? Ja, ich habe keinen Plan. Ach so, dann müssen wir geradeaus. Oh, wir haben sogar schon zwei Hinweise aufgedeckt. Sehr gut. Hunde. So, der erste ist platt. Jetzt kommt der zweite. hat er wieder runterrollt. Ja, das sieht witzig aus. Ja. Die Waffe ist gar nicht schlecht. Die Pistole, die schießt relativ schnell. Mhm. Das ist schon ganz gut, wenn man einen flinke, flinken Finger dann hat. Oh, hier ist auch der Gegner. Der Assassine drinnen. Oh. Wollen wir den bekämpfen, oder? Ja, mach mal ruhig. Weil wir haben schon lange keinen mehr bekämpft. Die letzten Runden irgendwie sind wir entweder am Gegner gestorben, ne? Oder sind mal rausgerannt. Ja. So, Hinweis habe ich nochmal aufgedeckt. Jo, mal gucken, wo das jetzt ist. Direkt da. Hier drinnen in dieser Butze. Mhm. Oh nein. Weil ich könnte ich Munition gebrauchen. Oh, jetzt hat das Rot aufgeleuchtet, das heißt... Die sind hier... ...kommen Gegner, ja. Okay. Pass auf, ich verstecke mich mal woanders. Du sicherst rechts, ich sichere links. Äh, meinst du jetzt da drinnen, oder? Nee, äh, wenn jetzt Gegner kommen, dann vermute ich mal, dass die entweder von links oder von rechts kommen, ne? Okay. Sobald einer einsieht. Warte mal, komm ich nicht auf irgendeinem Dach? Das weiß ich nicht. Auf dem Dach ist nicht immer das Beste. Mhm. Weil man sehr gut sichtbar ist. Ich halt mal hier ausschaue. Hör mal hier hin. Vor allem dieses Dach ist auch echt scheiße. Ich komm hier nirgendwo. Ich geh mal auf den Turm drauf. Mhm. Ja, ich seh Vögel fliegen. Oh, okay. Das ist, oh ja, ich bin froh, das war so dämlich. Bist du runtergefallen, oder? Nee, der hat mich vom Dach, ähm, erschossen. Okay. Also, ich stand ganz oben auf der Treppe, links oben. Mhm. Und der hat mich von da erschossen. Ja, aus der Richtung. Ist der auch auf dem Dach? Aus dem Osten, nee, aber unten. Ah. Aber der versteckt sich genauso bescheuert wie wir auch. Ja. Hühner verraten dich. Ach ja, Mensch. Die hören sich ja an, wenn sie gleich nach Liebe schreien. Ja, ich muss ja leise sein. Ich vergesse das immer wieder. Ach, das wird super. Ach, das ist ne Schwarmmutti, Scheiße. Die fehlt mir auch gerade noch. Oh, Schwarmmutti, äh. Ich könnte kotzen. Jetzt kann ich die... Ich glaube, du musst sie ja schießen. Mhm. Oh, du wirst beschossen. Hm. Das war... Alter, diese... Wenn diese scheiß Mutter nicht gewesen wäre. Ja, die sind echt jetzt... Okay. Vielen Dank.